Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das Jahr ist 1944, die Alliierten haben den Atlantikwarzer schlagen und die Fundamente der Festung Europa aufgebrochen. Nun wird das Reich mit einer neuen Bedrohung konfrontiert. Es muss sich auf dem Osten orientieren und ein Viertelmillionen Männer, Panzer und Flugzeuge aufbringen. Dieses Verzweifel zum Glücksspiel wird der endgültige Blitzkrieg des Zweiten Weltkrieges letztlich beobachten. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 WDR mediagroup GmbH 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 Und die Panzer-Tank? Wenn ist die Porte gekommen? Wir haben hier eine hole, bis die Armour kommt. Spoogee! Ammo! Over hier! Ich werde das wieder flinken. Es geht um die Anpate. Schleifst. Wenn manикabert oder leanstiger wird, Wir haben geflüchtet. Mästen Schleifft! We got these ground bastards on the run! Here's the armor! Where are our soldiers? I don't know. We need more oil! We need more oil! Go! Let's 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 go! Vielen Dank.